Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei genau das mit musikalischer Einlage. Ja, willkommen zurück bei Witcher 3 Next Gen und genau, wir sind ja hier im Nilfgaardischen Lager angekommen. Wir müssen uns natürlich erstmal, aber können wir oder können wir nicht? Wir müssen das mal schnell probieren. Kannst du erstmal gleich wieder laden müssen? Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Das ist zu viel. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Da kommt die, das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, da kommt die Meldung tatsächlich. Okay. Ja, dann, äh, so, blöde Frau. Warte mal, wenn ich jetzt hier, hier ist ja nicht eigentlich eine Wache. Genau der. Ja, guck mal, hier können wir ein bisschen klauen. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Ja, warte mal, Herr Zwerg. Ich, äh, muss mal schnell die Gegend checken. Die sind sie da. Der Kaiser wird uns führen, gerade links nach Novigrad. Man muss ja mal gucken, wo man kann, ne? Warte mal, hier sind auch keine Soldaten direkt, sondern nur Adelige oder so. Okay, okay. Habe ich noch nie gemacht, ne, dass ich hier... Okay, ja, ich wollte nur mal reingucken. Ich suche nämlich was. Ey. So, na gut. Ich glaub, das war's hier, ne? Wer esse Fluchten im Heer? Wer esse Fluchten war? Esse NOL ab Evelcare. Ja. Lass mir den, der Sturag, er scheint mir her an. Ich dachte, ich bin weit genug weg. Nur gut. Ich hab dich in Wysi mal gesehen. Ja. Äh, wir können mal schnell gucken, wie wir ihn verkaufen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Kann man sich mal ein bisschen wieder was loswerden hier. Äh, zum Beispiel das. Oh ja. Der hört schon wieder auf. Ach, Mensch. Huch. Achso, nein. 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 Ach. So. Leb wohl. Julian, guck mal mal schnell, was die gute Frau dort hat. Achso, hier sind noch mehr hinten da. Warte mal. Der Kriter wird uns führen. Der Tage wird schnissig und dringend. Willst du etwas kaufen, oder will ich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Beides, würde ich sagen. Oh, guck mal. Ich bin jetzt schon ein bisschen mehr am Start. Das leckt richtig hier im Inventar. Ähm. Der hat dabei nichts, was uns gefallen könnte, würde. Na gut, aber ich kann ein bisschen wieder was verkaufen. Bei dem Herren. Hm. Wir brauchen mal einen, der richtig, richtig, richtig cool ist. Vielleicht nehme ich aber auch nochmal einen Mod dazu, wegen, wegen Händlergeld. Das ist wirklich, ach, das ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche in Rollenspielen. Na gut, nicht immer, aber. So, hast du auch noch ein bisschen Kohle für mich? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Hm. Auch nichts, was ich kaufen würde wollen. Huh. Was nun? Es ist die Musik abgeschmiert auf einmal. Na gut. Wir gehen mal zurück. Bis dann. Ich glaube, mein Lager ist so, oder mein Inventar ist so voll. Ich glaube, irgendwas... Das Spiel möchte nicht mehr. So. Gut, wir gehen aber mal gucken, was die gute Frau jetzt probiert hat. So. Bei dir habe ich das schon verkauft, ne? Oder? Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden. Ach so. Ich bin von weit gekommen, um... meinen Sohn zu finden. Er hat in der Kavallerie von Nazair gedient. Ich muss ihn finden, ich muss einfach. Ich gehöre nicht zu euren Soldaten. Gut so. Unsere Armee verweigert die Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. So sehr, dass ich auch einen Steintroll anflehen würde, wenn es sein müsste. Interessanter Gedankengang. Warum hast du beschlossen, deinen Sohn zu suchen? Er hat Briefe geschrieben. An mich und an seine Verlobte. Und zwar regelmäßig, einmal die Woche. Und dann kamen plötzlich keine mehr. Das sieht ihm nicht ähnlich. Da ist was passiert. Ich weiß es. Ich will deine Hoffnung nicht zerstören, aber nicht alle Soldaten kehren aus dem Krieg zurück. Ich weiß, was Krieg ist. Mein Mann ist bei Brenner gefallen. Aber ich habe seinen Leichnam nach Nilfgaard geholt und dort begraben. Das werde ich mit meinem Sohn auch machen. Wenn ich muss. Haben seine Kameraden dir was sagen können? Einige weigern sich zu reden, andere lügen. Dieser Quartiermeister zum Beispiel. Der hat behauptet, Rotbär wäre als Kundschafter ausgeschickt worden und nicht zurückgekehrt. Warum ist das unwahrscheinlich? Weil er zur leichten Kavallerie gehört. Nazair Brigade. Mein Sohn ist kein Kundschafter. Ich brauche Hilfe, um Rotbär zu finden. Oder seine Leiche. Am Geld soll es nicht scheitern. Wie sieht dein Sohn denn aus? Du kannst ihn ganz einfach erkennen. Eine solche Haarmähne gibt es in der ganzen Nilfgaardischen Armee nur einmal. Sie hat die Farbe von Feuer. Ein rothaariger Nilfgaarder? Sein Vater kam aus Mag-Turga. Da sind die Leute recht hellhäutig. Mein Sohn hat das von ihm geerbt. Und noch so manches. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Das sollst du nicht bereuen. Für Rotbär würde ich alles tun. Denk daran. Ich werde mich mal umhören. Das hat mein Diener schon getan. Der hat mit den Soldaten in der Messe getrunken. Aber es war niemand aus der Kompanie meines Sohnes dabei. Als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Du musst mit dem Quartiermeister reden. Von mir will er nichts wissen. Aber bei dir müsste er offener sein. Das fühle ich. Eine Mutter fühlt so etwas. Wir werden sehen. Die ganze Kompanie ist verschwunden oder was? Okay, dann sprechen wir mal mit dem Quartiermeister. Ganz schön schwer hier Arbeit zu finden. Ach, für mich ist es nicht so schwer Arbeit zu finden. Wir haben genug zu tun. Ne, warte mal. Doch da oben. So. Ach, in dem Teil war ich auch noch gar nicht hinten. Hier sind ja noch mehr. Da ist sogar ein Anschlagbrett. Oh mein Gott. Anschlagbrett, Nussbandel. Ich mag die Sprache. Darf ich reingehen? Warte mal, ich speichere mal. Oh, guck mal. Hier haben wir Bücher. Aber schon Bücher, die wir alle gelesen haben. Verdammt. Schade. Wasserflasche. Porträt der älteren Völker. Aber auch schon. Fliege dein Schwert, Soldat. Oh, hier könnte es wieder... Ne, geht noch. Ja, wahrscheinlich können die auf die Wasserflaschen verzichten, die hier rum... ...drin rumliegen. Wahrscheinlich schon... Alles gut, Freunde. Chillt mal. So. Hier hinten sieht das doch aber keiner, oder? Sag ich doch. Guck mal da unten auch um hier ran. Ja. Lecker Fisch. Fisch. So. Kommen wir hier auch noch ran. Geralt, das Loot. Ungeheuer. Ja. Zocke lohnt hier nochmal ein bisschen. Zu stöbern. So, Tag der Herr. So, hier wird es wieder... Oh. Oh Gott. Okay. Fuck it. Da kann man keine Meldung. Okay, ich muss... Ich muss... Okay, 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 okay. Ja, ich glaube mit dem Ganzen... Oh nein. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Nun, bis gleich. So, Leute, willkommen zurück. Ja, das war bestimmt die Rache meiner Loot-Sucht, dass alle Spiele abgeschmiert ist. So. Also, wir gehen... Na komm, wir gehen erstmal an die Tafel, lesen erstmal, was wir hier so Schönes haben. Und dann gucken wir mal im Zelt drin an. Dekret von Vatir de Rideau an Kommando der Zentralarmee. Informiert alle Soldaten, Angriffe auf timirische Freischaler sind verboten. Allein Notwehr ist zulässig. Redanien ist unser größter Feind. Übertretungen werden entsprechend Paragraph 3 Absatz 10 des Kriegskodex bestraft. Vatir de Rideau. Oder Rideau. Hier muss man dann, glaube ich, noch mitsprechen. So, Bekanntmachung zu Sklaven, Soldaten. Ich erinnere euch daran, dass die Sklaven im Lager ausschließlich Offiziersbefehle ausführen dürfen. Sie sollen den Köchen, Ingenieuren und Handwerkern helfen. Sie werden also nicht eure Zelte reinigen, eure Wäsche waschen oder eure Kettenhemden polieren. Wer einen Sklaven missbraucht, um seine eigenen Pflichten erledigen zu lassen, wird den nächsten Monat die Latrinen reinigen. Quartiermeister ergebracht. Mit dem reden wir ja wahrscheinlich gleich. Warnung an Defetisten. Ich erinnere daran, dass das Verbreiten von Defetismus ein strafbares Verbrechen darstellt. Äußerungen, die kritisch gegenüber Kaiser M. hier war M. Reis und seiner Politik sind oder Entscheidungen unserer Offiziere unter Minieren werden mit Auspeitschung geahndet. Aufrufe zur Fahnenflucht oder Befehlsverweigerung mit dem Tode. Quartiermeister ergebracht. Bekanntmachung. Ja gut, aber die kann man sich ja auch, weiß ich nicht, durch sonst was einhandeln, oder? Nicht nur durch, oder? Keine Ahnung. Naja. Auktion. Besitz des gefreiten Lebellin. Nach Erhalt von 50 Peitschenhieben wegen Verlassens seines Postens ist der untergefreite Lebellin verschieden. Seinen privaten Besitztümer, ein Buch mit dem Titel Gemeinsprache für Anfänger, ein brauner Tabaksbeutel leer, ein Silbermedaillon mit dem Bildnis seiner Frau und einer Haarlocke, sowie ein Elfenbeinkamm werden versteigert. Quartiermeister ergebracht. Wegen Erhalt von 50 Peitschenhieben ist er letztendlich gestorben. Ach du Scheiße. Mein Gott, na die müssen ja, äh, Soldaten wie, weiß ich nicht, haben mehr als genug. Hinweis vom Sanitäter. Meine guten, tapferen Soldaten. In den letzten Wochen haben sich mehr von euch als dienstuntauglich gemeldet, als je zuvor. Vor allem unter den Soldaten, die in solchen Gebieten auf Patrouille geschickt wurden. Ich verschrieb allen eine neuartige Behandlung, zweimal täglich selbst verabreichte, adrestingierende Einläufe. Bei den meisten Unpässlichen kam es schon nach einem Behandlungstag zu einer erstaunlichen Rekonvaleszenz. Was den Verdacht nähert, dass die Beschwerden psychosomatischer Natur waren. Natürlich ist das höchst unwahrscheinlich, da unser Kodex härteste Strafen für Simulanten vorsieht. Ich möchte vorsichtshalber dennoch empfehlen, dass ihre 10 Burschen mich nur mit ernsthaften Gesundheitsproblemen aufsucht. Sindelf M. Lün, Obersanitäter der Zentralarmee. Oh, wir haben einen neuen, nicht erkundeten Ort. Aha. Okay. So, ja mal. Bei Gelegenheit. Wird der wahrscheinlich in der Nähe sein, oder? Da oben. Drei nicht erkundete... Hä? Na gut. Die werden wir natürlich... Oh. Da müssen ein paar dazugekommen. Aha. Müssen wir doch wieder eine Fragezeichen-Folge machen? Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. So, hier ist ja der Egge... Egge-Boy. Oh, wie gern würde ich hier einfach alles klauen. Aber hier haben wir sogar ein Lager für uns. Guck mal an. Oh. Warte mal. Können wir hier... Speichern wir? Der kriegt das gar nicht mit. Und Tag. Balladen und Hymnen. Haben wir das schon? Haben wir schon. Oh, wir haben schon so viele Bücher, ne? Und wir haben sie alle gelesen. Möchte ich... meinen. Der Sohn sein Buch vertieft. Tagebuch eines Feuerschluckers. Haben wir auch schon gelesen. Nochmal. Oh. Ja. So. Guten Tag. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal. Zwei Schwerter? Augen wie eine Katze? Du bist ein Hexer. Stimmt's? Geralt von Riva. Den Namen hab ich noch nicht gehört. Aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Das ist der gleiche Sprecher wie der allererste nilfgardische Kommandant, ne? Im... In Weißgarten. So, zeig mir, was du zu bieten hast. Marcel, wir gucken erst mal, was er hat. Zeig mir deine Waren. Zeig mal her, was du hast. Jungchen. Nilfgardien Amor. Das sind die... Die neuen O. Es ruckelt wieder ein bisschen. Die Nordling-Konflikte Band 1. Und Band 2. Ach, guck mal an. Immerhin. Und der hat mal ein bisschen mehr Kohle am Start. Aber wir können bei dem... Doch, können wir. Ja. Nimm unseren Schrott. Jippie. Immerhin mal ein bisschen was losgeworden wieder. Achso. Äh, so. Lass uns... Ach ja, gewinnt auch. Na gut, machen wir das auch gleich. Das ist ja, äh... So eine Sache. Lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Wie wär's mit einer Partie Gwind? Sagt er nix mehr dazu? Uh, da hätte er nix sagen dürfen. Denn wir sind ja... Hexer. Sahir Epp Kelach. So, warte mal. So muss ich mal... Kutsch, kutsch. Äh, kurz mal gucken. Wegen der Bücher. Die wir gekauft haben. Hä? Hier sind sie nicht drin, oder? Ach, wir haben aber einen Tagebucheintrag von dem Herrn Egebracht. Tawar Egebracht. Der Nilfgader Tawar Egebracht entstammte einer Familie mit langer militärischer Tradition. Seine Vorfahren hatten bei der Eroberung von Maert, Gesu und Mertina stolz unter dem Banner der goldenen Sonne gedient. Sie hatten für ihren Kaiser gekämpft und waren für ihn gestorben. Das letztere Schicksal hatte Tawars Vetter ereilt, Oberst Tibor Egebracht, der im letzten Nordlandkrieg bei der Schlacht von Brenna gefallen war. Tawar hasste die Nordlinge dennoch nicht. Er betrachtete den Tod seines Cousins als bedauernswerte, doch unausweichliche Kriegsfolge. Seinen Pflichten als Quartiermeister kam er gewissenhaft nach und hatte stets das Beste für seine Soldaten im Sinn. Naja. Gut, gut. Aber, warte mal, warte mal, wo ist denn jetzt hier unser... Inventar? Die müssten doch eigentlich noch leuchten, die Bücher, oder? Oder waren das nur Schatzkarten? Hier war nochmal Band 1. Die Nordlinge-Konflikte war nochmal Band 1. Gewicht, Typ. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist Band... Ah ja. Lesen. Also ich meine, wir haben das noch nicht gelesen, oder? Ich sag jetzt einfach mal Nein und deswegen lese mal jetzt. Also. Die Nordlinge-Konflikte, Band 1. Die Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Krieges, 1263 bis 1264, liegt einzig und alleine bei den Spezialverbänden Temiriens. Abgefangene Schriftstücke weisen eindeutig darauf hin, dass Temirien die Annexion von Zintra plante, was zu einer unverhältnismäßigen Verschiebung der Kräfte geführt hätte. Und dies konnte das Kaiserreich nicht zulassen. Das Kaiserreich musste seine Truppen nach Zintra bewegen und dort für Ordnung sorgen, um die zerstörerischen Handlungen der Temirier zu beenden und den Frieden zu wahren. Unglücklicherweise entschloss sich der Norden stur und kurzsichtig wie immer für einen bewaffneten Konflikt statt für einen angemessenen Kompromiss. Während dieses Konflikts verübten die nördlichen Truppen unverzeihliche Gräueltaten, die in der Schlacht von Mana Dahl und anschließend im Massaker von Zintra gerecht wurden. Unsere kaiserliche Majestät, Emhyrwa Emreis, drückte in einem Brief an den Hof von Zintra sein Mitgefühl aus und seine Hoffnung, dass sich solche Schrecken nie mehr wiederholen würden. Nachdem Zintra erobert worden war, betrachteten die nilfgardischen Truppen die Situation im Norden als stabilisiert. Doch der Norden kämpfte weiter, was zum Kampf in der Nähe von Sodden führte. Die Propaganda der Nordlinge beschreibt diesen Kampf als Wendepunkt des Krieges, aber in Wahrheit hatte er keinerlei politische Bedeutung. Kurz darauf wurde eine Waffenruhe unterzeichnet und Zintra wurde für immer ein Vasallenreich des Kaiserreichs Nilfgaard. Band 2 Das Kaiserreich und der Norden kreuzen 1267 und 1268 erneut die Klingen. Auf Tanat fand unter den Magiern ein Verrat statt und Nilfgaard konnte nicht tatenlos zusehen, wie der Norden die Zerstörung durch Magie ungehindert geschehen ließ. Die Kaiserliche Armee nahm Lyrien in einen Handstreich ein und traf auf keinen nennenswerteren Widerstand. Nach kurzen Belagerungen marschierten unsere Truppen in Riva und in Wengeberg ein und wurden jedes Mal von jubelnden Menschen begrüßt, die nach Frieden und Zivilisation verlangten. Anschließend marschierten sie gegen Erdingen. König Demavents Versuch, den Triumphmarsch der Goldenen Sonne aufzuhalten, schlug fehl und seine Truppen wurden zum Pontatal und nach Dol Blatana zurückdringt. Königin Mewe begann damit, aus Banditen und Gesetzlosen, an denen es im Norden nie mangelt, Partisanentruppen zu bilden. König Hänsel beging Verrat an den Nordlingen und unterzeichnete hinter den Rücken seiner Verbündeten einen Vertrag mit dem Kaiserreich und die Teilung Aeneas zur Folge hatten. Hänsel, das war in Teil 2, glaube ich, oder? Ach, ich heiße es gar nicht mehr. Seine kaiserliche Majestät errichtete aus einem Anflug von Güte heraus ein Elfenreich in Dol Blatana und erschuf somit ein Bollwerk der Toleranz gegen die zutiefst rassistischen Gesetze der Nordlinge. König Foltes von Temerien unterzeichnete einen Waffenstillstand mit den kaiserlichen Truppen. Doch das Wort des Nordlings erwies sich als so wertvoll wie der Schnee, der in jenem Frühling auf den Feldern taute. Der Waffenstillstand hielt lediglich 16 Tage, ehe er gebrochen wurde. Foltes' Torheit führte zur Schlacht von Brugge und anschließend zu einer Reihe blutiger Kämpfe im Yarugatal. Mit sinnloser und gezügelloser Gewalt konfrontierte, zog sich die Führung der kaiserlichen Armee nach Sodden zurück, um das Blutvergießen zu beenden. Leider führte Foltes' Habgier dazu, dass die Kampfhandlungen mit dem Einzug des Frühlings fortgesetzt wurden. Ihren Höhepunkt erreichten sie in der Schlacht von Brenna, wo unsere heldenhaften Regimenter einer vereinigten Armee der Temeria und Redania gegenüberstanden. Bis heute betrachtete der Norden diese Schlacht als Wendepunkt des Krieges. Es wäre zwecklos, diese Überzeugung zu polemisieren. Viel wichtiger jedoch ist die Tatsache, dass in dieser Schlacht zwei Strategien aufeinanderprallten. Eine Ehrenwerte, die durch die Führung von kaiserlichen Armee repräsentiert wurde, und die der Nordlinge voller Täuschung und List. Seine kaiserliche Majestät erkannte, worauf dieser Konflikt hinauslaufen würde. Die Armeen des Nordens wandten die Taktik der verbrannten Erde an und nahmen keinerlei Rücksicht auf das Leid, das sie der Bevölkerung dabei zufügten. Abgestoßen von dieser Art der Kriegsführung und nicht bereit, sich daran zu beteiligen, zog Nilfgaard seine Truppen in den Süden zurück. Dies wurde von den Nordlingen fälschlicherweise als ein Zeichen der Niederlage gesehen. Dank der Vermittlungsbemühungen des Kaisers wurde eine Waffenruhe ausgehandelt und anschließend in Zintra unterzeichnet, wodurch der Zweite Nördliche Krieg beendet wurde. Tja, ist natürlich sehr einseitig geschrieben, so aus nilfgaardischer Sicht heraus, aber letztendlich ist daran ja wirklich etwas Wahres. Auch wenn ich da jetzt nicht so genau das Hintergrundwissen habe, dazu ist es dann doch zu lange her. Ich müsste mir die Bücher einfach mal durchlesen. Genau, aber ja, so an und für sich ist da schon jede Menge dran. So, jetzt aber wirklich hier. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Mhm. Ja, er ist uns auf jeden Fall wohlgesonnen. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. So, ich habe eine Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Habt ihr in letzter Zeit eine Einheit verloren? Habt ihr in letzter Zeit vielleicht eine Einheit verloren? Eine ist vermisst. Ja. Hast du meinen Aushang gefunden? Nein, ihre Leichen. Ein Wirwernweibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wirwern? Poloide Pest. Ich habe noch etwas entdeckt. Du hast die Männer nicht zum Kundschaften ausgeschickt. Das war ein Todeskommando. Sie haben dort ein paar redanische Gefangene exekutiert. So ist der Krieg. Wer verliert, wer stirbt. Das weiß ich gar nicht mehr. Verdammt. Ich probiere mich gerade daran zu erinnern, aber oh je. Es war bestimmt auf unserer Fragezeichen-Tour, ne? Diese Männer sind nicht vergessen. Jemand wird kommen und Fragen stellen. In Nilfgaard gilt jeder gefangene Soldat als Tod. Diese Gefangenen waren aber Redanier. Das ist bald eine kaiserliche Provinz. Ich wette, die Banner der großen Sonne werden noch vor Sao Wiener über der redanischen Hauptstadt wehen. Zahl schon. Ich will deine verdammte Belohnung nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Weil wir so diesen, den Kontext der Mission schon so lange hinter uns gelassen haben. Ähm. Ja, komm mit dem das Geld. Zahl schon, Nilfgaarder. Ich habe nicht das geringste Interesse an einer Diskussion mit dir. Ich auch nicht. Das Geld hast du verdient. Nimm es und geh. Hm. Na gut. Achso, aber das mit dem Sohn haben wir, haben wir, okay, okay, okay. Mal Auftrag, vermisste Patrouille. Vielleicht können wir das nochmal lesen. Vielleicht, ähm. Macht's dann nochmal Klick. Auftrag. Vermisste Patrouille. Also. Welen fehlte es zwar an vielem, aber eines gibt es dafür im Überfluss. Monster. Reisende, die von den Wegen durch die Moore und Wälder abkommen, werden für gewöhnlich von Clown bewährten Kreaturen oder anderen Bestien umgebracht. Deshalb war Gerard auch nicht weiter überrascht, als er in der Wildnis von Welen auf die Spuren eines Monsterangriffs traf. Da ihm seine Hexerpflicht laut an den Ohren klingelte, machte er sich daran, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Von matschigem Fußabdruck zu matschigem Fußabdruck, von gebrochenem Ast zu gebrochenem Ast, verfolgte Gerard zurück, was sich in den Wäldern außerhalb des Nilfgardischen Lagers zugetragen hatte. Ungeachtet der drohenden Gefahren waren die Nilfgardischen Soldaten in das Jagdrevier eines Wyvern eingedrungen. Ihre gepanzerten Rüstungen konnten nicht verhindern, dass sie von der wilden Bestie in Stücke gerissen wurden. Weitere Untersuchungen dieser tragischen Geschichte ergaben ein noch viel traurigeres Ende. Die gefallenen Nilfgardischen Soldaten waren nicht auf einer gewöhnlichen Patrouille gewesen. Sie hatten sich an jenem Ort begeben, um dort rhedanische Kriegsgefangene zu töten und deren Leichen zu verstecken. Den Soldaten war allerdings nicht klar gewesen, dass die Monster im Sumpf den Gestank der verwesenen Leichen selbst durch dicke Erdschichten hindurch riechen konnten und sich niemals die Gelegenheit entgehen lassen würden, sich an den Toten gütlich zu tun. Ich glaube, ich weiß, wo das war. Der Nilfgardische Quartiermeister tat Gerards Anschuldigung über die Kriegsverbrechen mit einem Schulterzucken ab. Daxa war empört über diese Antwort, doch seine Entrüstung würde den Verlauf des Konflikts nicht entscheidend ändern, wohingegen eine Börse voll Gold seine materiellen Umstände maßgeblich beeinflussen würde. Deshalb nahm er seine Bezahlung und verließ unverzüglich das Lager. Das war doch diese Höhle, wo wir in der vorletzten Folge oder in der letzten Folge sogar noch mal vorbeigelaufen sind. Wo wir diese Spuren gefunden haben und diese eine Höhle war. Ich glaube, das war das. Wo wir aber keine Quest dazu hatten. Ja, 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 ja. So, okay, also wir machen noch mal. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Ach guck mal, sind sie wieder Best Buddies. So, also, ähm. Ich habe eine Nilfgardische Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie ein Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht. Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Und dann willst du Hilfe von einem Mörder? Ich hielt dich für ehrenhaft. Ich will nur einer Nilfgardischen Frau helfen. Und ich will dich nicht mehr sehen. Verstanden? Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. 150, sag mir, was du weißt. Ich probiere es mal mit Geld. Vielleicht löst dir eine Geldbörse die Zunge. Du willst einen kaiserlichen Offizier bestechen? Ja. Genau, aber nur um der Mutter eines kaiserlichen Soldaten zu helfen. Nimm das Geld und sag mir, was du weißt. Rothaariger Jungspund, Kavallerie von Nazair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt. Aber ich glaube, der Rotshop war nicht dabei. Von dir als nilfgardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute. Also schrieb ich alle wären tot. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Also desertiert. Blutspannter. In der Nähe des nilfgardischen Lagers traf Geralt auf eine A-Diege aus dem fernen Nazair. Sie war an die Front gereist, um nach ihrem Sohn, einem Soldaten, zu suchen. Die Frau machte sich Sorgen, denn ihr Sohn hatte ihr häufig geschrieben und auf einmal waren seine Briefe ausgeblieben. Im Lager wusste niemand, was mit ihm geschehen war, doch die Frau kaufte den anderen Soldaten ihr Unwissen nicht ab. Sie bot Gerard eine Belohnung an, wenn er die Wahrheit ans Licht brächte. Gut, wir haben einen Hinweis. Oh, da steht es ja schon. Finde Rodeberts Leichnam. Das ist ja schon vorweggenommen, dass er tot ist. Ach Mensch. Ja, wahrscheinlich konnte er den Nilfgaardern entkommen, aber nicht dem Sumpf. Bestimmt auch wieder von irgendeinem Monster. Ich hab dich in Wysima gesehen. Das ist doch schön. Wollt bestimmt mal Autogramm haben. So, wie weit haben wir es denn? 200? Na gut, das ist ja nicht weit. Wir laufen ja gerne durch die. Achso, nee. Wo steht denn die da nicht dran? Das haben wir schon gelesen gehabt, ne? Ja, doch, doch, doch. Ach, schön. Oh, ich freu mich schon so auf Buclair. Oh, so. Das Pferd ist schon hier verreckt. Die Deserteure haben versucht, zu Pferde zu fliehen. Hier wurden sie offenbar erwischt. Wahrscheinlich von Ghoulen, oder? Da sind die Aufgehangenen, ne? Achso, nee, warte mal. Das sind die Aufgehangenen. Da müssen ja die anderen noch weiter weg sein. Ah. Warte mal, Gerhard. Noch einer? Noch einer. Gerhard, warum steckst du denn dein Schwert immer weg? Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Aber mit den Hunden getrieben, da sind die. Also jetzt ist es noch ein Ghoul. Na, warte mal, den holen wir uns auch mal schnell. Dann ist hier Ruhe. So. Rothaarich, das ist der Wohl. Ich muss aber sicher gehen. Äh. Haben sie den doch aufgehangen? Rothaarich, das ist der Wohl. Ich muss aber sicher gehen. Achso, warte mal. Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Untersuchungsgebiet, äh, 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 nach Artefack. Achso, warte mal, hier dicht und was. Okay. Ein Brief an seine Mutter, den muss ich ihr geben, aber mehr kann ich nicht tun. Unverschickter Brief. Liebe Mutter, dies ist vielleicht mein letzter Brief. Mein Herz ist schwer. Während ich dies schreibe, denn ich habe große Schande über die Familie gebracht. Ich habe meine Waffenbrüder im Stich gelassen. In der Stunde der Wahrheit versagte mein Mund. Ich bitte nicht um Vergebung, da ich sie nicht verdiene. Ich bitte nur darum, dass du für mich betest. Mögest du in Gesundheit leben. Ha. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Da haben sie sie nicht doch aufgehangen. Oh, wie sie die Arme hinten aufgespießt haben, ne? Gott. Ui, ui, ui. Die Armschweine. Nur weil sie keinen Bock auf diesen scheiß Krieg hatten. Ah. Na gut, dann werden wir mal die blöde Nachricht überbringen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ach, so ein Haus der Erholung wäre schon nicht schlecht, oder? Mal so eine kleine Runde entspannen. So. Ich habe schlechte Nachricht. Ich will die Wahrheit wissen, ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Er ist desertiert und wurde erwischt. Er ist in der Schlacht gefallen. Komm, ich bin... Aha. Ich bin ehrlich. Er ist desertiert. Man hat ihn geschnappt und aufgehängt. Lüge. Er hing da nicht alleine. Die Mitteilung am Baum war eindeutig. Das glaube ich dir nicht. Mein Sohn war kein Feigling. Glaub, was du willst. Ich habe einen Brief bei ihm gefunden. Der ist an dich adressiert. Mutter, dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich habe in allen Briefen gelogen. Vergib, ich bin kein Held. Es macht mir keine Freude, Mordlinge zu töten. Dieser Ort ist ein Albtraum. Ich habe es ertragen, aber das geht nun nicht mehr. Vor kurzem befahl man uns, Gefangene zu ermorden. Weißt du, was es bedeutet, Wehrlose zu töten? Ich muss hier weg. Mein liebes Kind. Für immer. Du hast ihn gefunden. Hier. Dein Lohn. Aber gut, dass wir bald gesagt haben. Blutsbande. Da stand ja mehr auf dem Brief, als wir gelesen haben. Blutsbande. Es stellte sich heraus, dass der Sohn der Adligen mit einigen anderen unzufriedenen Soldaten desertiert war. Ihnen war sofort ein Suchtrupp hinterhergeschickt worden. Einige der Deserteure waren gefangen, genommen und getötet worden, während anderen die Flucht gelungen waren. Traurigerweise befand sich der Sohn der Frau unter den Gehengten. Als sie dies erfuhr, wurde sie von tiefer Trauer übermannt. Der Brief, den Geralt bei der Leiche ihres Sohnes fand, beschrieb die Strecken des Krieges und schilderte, wie schwer es war, die Handlungen der Soldaten zu beurteilen, die daran teilnahmen. Der Brief, den Geralt bei der Leiche ihres Sohnes ist, der Geralt bei der Leiche ihres Sohnes ist. So, wir haben aber, ich glaube, wir haben hier unten jetzt schon alles erledigt, ne? Haus der Erholung. Wir können doch mal gucken, ob wir jetzt da reinkommen. Ich hab dich in Wysima gesehen. Kei, ey, ja, Herr, sehr, eb an, Leute. Oh Gott, überall Gehengte. Kann man gar nicht so die erkennen, ob das nur Nilfga da sind, also dieser Töre oder... Hm, wer weiß das schon. So, kommen wir jetzt hinein. Hinein. Sieht immer auch nicht so aus. Schade. Eine falsche Bewegung und es tut dir leid. Ach so, Offiziersclub. Exklusiv für aktive Soldaten der höheren Ränge. Volle Regiment... Ah, volle Regimentsuniform. Warte mal. Boah, du mal. Warte mal. Können wir... Wo konnte man die denn grad kaufen? Bei den Händlern hier, oder? Ob das geht? Können wir die Nilfgaard-Uniform kaufen? Warte mal. Bin grad nur nicht mehr so sicher, ob das hier war. Ach, das war hier bei dem... Bei dem... Bei dem Chef, oder? Da hinten. Der hat die doch verkauft, glaub ich. Wenn ich mich jetzt hier nicht komplett... Täusche. Naja, wir können bei dem auf jeden Fall kaufen. Können wir was kaufen und dann direkt wieder verkaufen. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Gera... So. Zeig mir, was du anzubieten hast. Zeig mir deine Waren. Ja. Okay, wir kaufen einmal Nilfgaardian Amor. Kaufen. Boots. Trousers. Gloves. Ach guck mal, jetzt hat er wieder ein bisschen Geld. Jetzt können wir wieder... Bis dann. Oh, Gera ist mein Nilfgaarder... Nilfgaardian Uniform. Okay, warte mal. Das will ich jetzt mal... Das hab ich ja noch nie gesehen. Äh... Imperia... Wo war's er denn jetzt? Warte mal, ist die jetzt ganz nach unten gerutscht? Kann das sein? Ach ja. Aber kein... Warte mal, doch einen Helm haben die doch auch gehabt, ne? Den hab ich aber gar nicht gesehen. Oh, Gera ist ja jetzt voll der fetten Panzerung. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre geht... Ich glaub, die Helme waren nämlich grau, ne? Also... Zeig mir deine Waren. Äh... Hier, genau. Ja, wenn dann komplett. Bis dann. Wenn schon, wenn schon. Hehe, cool. Wo ist denn der Helm, meine ich? In welchem Slot? Ach hier. Bei Accessoires. Okay. So, Gera, na dann. Wir sind jetzt offiziell Nilfgaarder... Asterix. Den Flügeln. Zeig mal, Gera. Lass dich mal anschauen. Geht, sieht irgendwie cool aus, aber es macht uns ja mal richtig... Das macht uns ja voll fett. Hä? Nein, wir werden natürlich... Unsere zünftige... Hexeruniform wieder einziehen. Aber das ist es mir grad mal wert, das mal zu probieren. Man lauft mal gar nicht richtig, wort? Haus der Erholung, ja. Wenn nicht, dann... Naja, dann haben wir es umsonst gekauft. Und wenn jetzt... Das geht nicht. Mit hier rein. Schade. Ach, Mensch. Warte mal, kommt man hier vielleicht irgendwo? Mumpitz. Ist doch jetzt irgendwo ein kleines Löchlein. Wo wir uns... Ich bin mir aber sicher, dass ich da schon mal drin war. Oh. Glaub ich. Ist aber schon... Nein. Hm. Vielleicht später oder was? Keine Ahnung. Na gut. Okay, dann halt keine Nilfgaarderrüstung. Mir so eine Mühe gegeben. Ähm. Oh. Ah, so ist es doch gleich wieder viel bequemer. So, eine komischen Helme weg. Wir könnten auch mal bei Gelegenheit, ähm... Wir könnten mal... Ich hab, glaub ich, den Mod drinne mit diesen Hexer-Kapuzen. Ich glaube, wir können uns mal so eine Kapuze zunächst mal holen. Oder hab ich nicht so mal noch eine? Warte mal. Hat die... Oder hab ich die alle verkauft? Da ist die Maske. Nee, ich hab ich alle verkauft. Verdammt. Na gut. Ja, wie immer auch sein, liebe Leute. Ich würd sagen, das passt ja grad ganz gut. Ist jetzt nicht so viel passiert in dieser Folge. Aber, ähm... Ja. Trotzdem wieder ein Stückchen auf der Liste, was wir erledigt haben. Das ist wie ein Riesen-Lager, ey. Ähm... Genau. So, beim nächsten Mal werden wir mal, denke ich mal, hier die Fragezeichen abklappern. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Hier haben wir zwei Stück und da oben und da hinten. Okay. Ich denk mal, wir werden die nächste Folge... Je nachdem, wie lange das dauert mit den Fragezeichen... Ähm... Aber ich glaube, dann war's das wirklich hier größtenteils in Wählen mit den Fragezeichen. Dann haben wir, glaube ich, wirklich alles soweit abgeklappert. Kann sein, dass hier oben noch ein bisschen was kommt. Also hier bei den Anschlagbrettern. Aber zumindest für den südlichen Teil sollten wir es denn haben. Yes, yes, yes. Okay. Gut. Also, bis hierhin, liebe Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.